So, da sind wir wieder bei UFO. Wir haben hier gerade ein sehr großes Infiltrationsschiff entdeckt nach Nordamerika. Das heißt, Amerika wird uns wahrscheinlich abspringen. Und noch eins, ja, weil wir können die Dinger nicht runterholen. Die werden also wahrscheinlich mit Amerika in den Geheimvertrag schließen. Problematischerweise. Und ich wollte nochmal ein paar Soldaten nachkaufen. Wenn der Monat jetzt zu Ende ist, dass wir nochmal ein paar ins Psi-Labor stecken können. Wir müssen da unbedingt Leute mit guten Siewerten finden. Ja, der erste landet und der Pseite, ja, der zweite. Und ja, das war's dann wohl mit Amerika als Geldgeber. Die Verträge sind jetzt wahrscheinlich schon unterschrieben. Ein großes Äthera-Versorgungsschiff für Nordamerika. Ist bitte hier nicht auch noch eine Basis, ja? Wir haben doch schon eine Äthera-Basis. Oh nein, jetzt landen die da auch noch. Äthera-Versorgungsschiff. Wo will der hin? Auch noch Nordamerika. Achso, das war der alte. Ja, super. Und ein Stützpunkt. Ganz toll. Mutone-Außerirdische Stützpunkt Nordamerika. Das heißt, die wollen da noch einen bauen, die Mutonen. Aber das Ding ist, Nordamerika, das heißt, der Stützpunkt-Schiff wird landen. Das heißt, da könnten wir mit Skyranger hinkommen. Was auch wiederum heißt, dass wir Elerium kriegen könnten. Ähm, ich lasse die Besatzung jetzt mal so. Wir nehmen nur drei Plasma mit. Das sollte genügen. Kleines Schiff, drei Mann. Dann fünf Lasergewehre. Das ist für acht. Und einer kriegt ja einen Blaster. Und einer kriegt ja den Psy-Amp. Also, passt das? Wir können ja Tabo gleich mal testen. Die Motoren sind relativ leicht zu übernehmen. Ähm, mit Psy. Äh, trotz einem geringen Skills des, äh, Benutzers. Den der Tabo-Klern leider noch hat. Aber da kann er gleich mal trainieren. Und das könnte auch klappen. Und ich nehme nur drei Plasma mit, weil mit drei Mann sollten wir das schaffen können. Dann brauchen wir da nicht so viel Munition verschwenden. Milky braucht nur noch einen Energieanzug. Ähm. Oh ne, der fliegt ja nicht mit, der gute Leonidas. Da braucht er auch erstmal kleinen Anzug. Und die beiden kriegen noch einen. So, ich hoffe, das klappt, wie ich mir das jetzt vorstelle. Also, wenn der da jetzt irgendwo landet, wäre das natürlich sehr schön. Da sollten wir es rechtzeitig schaffen, hinzukommen mit dem Skyranger. Ja, wieder Infiltration. Das interessiert mich gerade gar nicht. Ich will dieses UFO da spielen. Mal sehen, wo das Ding landet. Es wird auch Tag. Also haben wir in der Hinsicht auch Glück. Der muss jetzt nur noch landen. Dann sieht das gar nicht so schlecht aus. So, das ist das Infiltrationsschiff. Und auch gleich weg vom Fenster. So. Na komm. Boot, 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 boot. Landen. Bitte. Ja. Und hin da. So. Sehr schön. Wenn jetzt nicht irgendeine Scheiße passiert, dann sollten wir gut Illyrio kriegen. So. Wie die vorne stehen, kriegen auf jeden Fall Plasma. Das sind die drei hier. So. Dann kriegt der Zeratool den Blaster. So. Und der Tavok kriegt den Psy-Amp. So. Und der Tavok kriegt den Laser. So. 42 kriegt den Laser. Milky kriegt den Laser. Galabag ist vorne. Galabag ist vorne. Vicious Drago ist vorne. Und Gammelmagie ist vorne. So. Sollte das passen. Und los geht's. Oh nein, wir sind in der Wüste. Auch das noch. Galabag guckt gleich mal raus. Das sieht das Schiff auch noch nicht. Wir sind in der Ecke. Bleiben wir erstmal hier stehen. Da sehen wir schon den ersten. Yeah. Gut gemacht. Gleich mal hier rum. Äh. Ja. Gut. Drago raus. Nichts passiert. Ein paar Schritte gehen. Wir sehen aber. Da ist das Schiff. Okay. Mit der Deckung ist hier echt blöde in der Wüste. Wenn wir wenigstens einen sehen würden, könnten wir es mal mit Psy probieren. Aber die hocken wahrscheinlich im Schiff, die Bengel. Hier hinter ein Kaktus. Okay. Dann nehmen wir den, äh, Gammelmagie nochmal raus. Ja. Ich nehme mal an, die werden im Schiff sein, die Jungs. So. Okay. Nichts passiert. Schnell zum Schiff. So. Gada-Bag auch mal hier hin. Und, äh, mit der Gammelmagie hinterher. So. Nichts passiert. Gada-Bag schaut mal rein gleich. Ja, warten wir noch eine Runde ab. So, wir umstellen das Schiff. Gada-Bag geht rein. Okay. Und wir sehen zwei Aliens. Und der Tabog versucht jetzt mal. Ja, vielleicht erleben wir jetzt den ersten erfolgreichen Psy-Angriff. Gada-Bag. So. So. Tun wir nichts. Gada-Bag. So. Probier's noch mal bei dem anderen. Gada-Bag. 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 So. Gada-Bag. Nicht gut. Da brauchen wir erstmal wirklich eine Psy-starke Truppe. Also so von zehn Mannen, die wirklich Psy-mäßig gut drauf sind. Vorher will ich diese Stützpunkte nicht angehen. Da kommen unsere neuen Soldaten. Die wir am Monatsanfang mal gleich reinstecken werden zum Psy-Training. So. 44. Dann geht's weiter. Gerhard Färber, Rütti, 45. Ähm. Mikael wird die 46. Gunta, die 47. Lüttmilla, die 48. Und Klaus Krause, die 49. Das erinnert mich wieder an mein Terror from the Deep. Let's Play. Da war Klaus ja der Held. Wo ich noch keine Abonnenten hatte. Da habe ich dann die Namen ja so gelassen. So. Was können wir verscheuern? Ladestreifen mit schwerem Plasma. Aber Gott sei Dank jetzt nicht alle verschwendet. Weil das Problem ist, wie gesagt, sobald der Ladestreif einmal in der Waffe ist, während der Mission, zählt der schon als verbraucht. Ähm. Deswegen habe ich jetzt nur drei Leuten das Plasma gegeben. Weil selbst wenn man Leuten Plasma gegeben hätten und die hätten gar nicht geschossen, wäre der Clip trotzdem mal verbraucht gewesen. Forschung abgeschlossen. Lightning. Transport- und Kampfraumschiff. Ein einfacher, aber wirkungsvoller Nachbau der außerirdischen Antriebssysteme. Ja. Hat im Unterschied zum Skyranger, der ja auch ein Transportschiff ist, noch die Fähigkeit, Waffensysteme zu tragen. Das heißt, der kann auch schießen. Problem ist, dass die Dinger Elyrium brauchen zum Fliegen. Und Topraumschiff können wir jetzt erforschen. Und das Gravitationsschild. Ja, und das ist jetzt das Ding, wo die Basisverteidigungen jeweils zweimal schießen können. Und das erforschen wir jetzt auch. Und dann haben wir, wenn wir das noch bauen, haben wir eine ganz vernünftige Basisabwehr. Ein Lightning können wir bauen. Ja, wir haben mal wieder eine ausgezeichnete Bewertung. Ist ja mittlerweile Standard. Problem ist nur, man sieht es hier unten. USA hat einen Geheimvertrag mit einer unbekannten außerirdischen Macht geschlossen und sich aus dem Projekt zurückgezogen. Ja, diese Infiltrationsschiffe, die ich vorhin erwähnt hatte, die wir gesehen haben, die haben jetzt einen Vertrag mit den USA geschlossen. Und die geben uns kein Geld mehr. Schade. Naja. Psyonisches Training. Mal sehen, was wir dafür neue Werte bekommen haben. Die 42. Boah. Ist in Ordnung, kann man mit leben. Die 41 geht auch. Die 40 super wert. Ähm, ja. Jetzt müssen wir halt hier die neuen reinstecken. Auf jeden Fall gleich mal. Wie wir eben nachbestellt haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Wo waren wir? Die 40 super wert, hatte ich gesagt. Ähm. 42 auch gut. Milky geht so. 44 schlecht. Ja, okay. Dann lassen wir das erstmal so. Hauptsache die Guten sind im Training. Und bei denen werden wir nächsten Monat mal sehen. Vielleicht ist da auch die eine oder andere Kuri-Fee dabei. Und, ähm, jetzt werde ich ja noch mal ein paar Vermerke machen. 68. Ja, sagen wir mal ein gutes Mittelmaß. Ähm. 41. Ja, Mittelmaß. Geht schlimmer. 40 super wert. Gibt zwei plus. Die 45 ist neu. Die 42 ist auch gut. Milky. Mittelmaß. 44 schlecht. Und da haben wir noch keine Werte. Gut. Ähm. Ja. Was sagen denn jetzt eigentlich hier die Finanzen? Es wird jetzt natürlich ein bisschen nach unten gegangen. Wegen dem Absprung, äh, wegen des Absprungs der USA. Na gut, ich mache hier erstmal eine Pause und sage ciao bis zur nächsten Folge. Und da haben wir noch ein bisschen nach unten. Ja, ich mache hier noch ein bisschen nach unten. Ja, ich mache hier noch ein bisschen nach unten. Ja, ich mache hier noch ein bisschen nach unten. Ja, ich mache hier noch ein bisschen nach unten. Ja, ich mache hier noch ein bisschen nach unten. Ja, ich mache hier noch ein bisschen nach unten. Ja, ich mache hier noch ein bisschen nach unten. Ja, ich mache hier noch ein bisschen nach unten. Ja, ich mache hier noch ein bisschen nach unten. Ja, ich mache hier noch ein bisschen nach unten.